Die meisten Aras lieben es zu duschen und das ist auch mega, mega wichtig für die Federn und für die Haut, dass die einfach genügend Feuchtigkeit abbekommt und natürlich auch, dass das Gefieder gereinigt wird. Sie tutzen sich natürlich selber, aber manche Sachen gehen dann halt doch nur mit Wasser weg. Meine duschen einmal die Woche und wie man hört, sind sie dabei meistens super laut. Sie duschen natürlich alle vier Stück, ich gucke der Reihe nach und in dem Video war es halt mal Chiara dran.